Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh Mann, wir bekommen den Volkswagen ID Buggy? Das Auto wird noch nicht mal produziert! Du fährst einen echten Prototypen! Keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber es fängt gut an. Wow, wow, du wirst doch nicht... Ich mein... Ach, komm! Oh Mann! Mein Herzschlag hat kurz ausgesetzt! Wir sind wieder beim Porsche Taycan gelandet? Perfekt! Keine Einwände! Sie lieben es, wenn ich über den Taycan schreibe! Unter den Straßenstromern fällt die Wahl nicht schwer! Oh Mann, weulu selectioner! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Rennen hat drei Phasen, stimmt's? Was Sie wohl für den letzten Durchgang vorgesehen haben? Nie und nimmer. Die geben uns wirklich einen Lamborghini Terzo Millenio? Diese bizarre Studie war als Blick in die Zukunft von Lamborghini gedacht. Ein Hyper-Lamborghini, der die Standards des Stiers auf die Spitze treibt. Ein E-Monster. Schlicht und einfach. Klare Sicht. Die Gelegenheit draufzudrücken. Eine Gerade. Dein Auftritt. Tafer Millenio. Alla vamos! Das war super! Ich liebe E-Autos.